stellvertretend reue erwecken für alle sterbenden namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes milliarden und millionen mal mein jesus barmherzigkeit barmherzigkeit mein jesus für jeden sterbenden bis zum ende der welt milliarden und millionen mal opfern wir das kostbare blut und die bluttränen dem himmlischen vater auch für jeden sterbenden bis zum ende der welt und bedecken ihn mit dem kostbaren blut und dem unbefleckten herzen mariens und mit ihren bluttränen dass der böse feind keine gewalt über die sterbenden hat amen heiliger josef der vater jesu christi und wahrer präudigam der allheiligsten jungfrau maria bitte für uns und für die sterbenden dieses tages dieser nacht liebes achter jesus maria und josef seid uns barmherzig wir lieben euch rettet alle seelen besonders die priesterseelen und die gottgeweihten mit der großen bitte diesen liebes sagt mit jedem atemzug mit jedem pulschschlag da es mal wiederholen zu dürfen heiliger josef du hast den betel haben für die mutter gottes eine herberge gesucht hilf auch uns eine herberge für die liebesflamme in den herzen der menschen zu finden amen herzenstausch mit jesus und der heilige jungfrau maria allerheiligste jungfrau maria tausche bitte mein sündhaftes wankermütiges herz aus gegen dein heiligstes unbeflecktes herz damit du in mir wohnen und der heilige geist in mir wirken kann liebster herr jesus christus von nazareth sohn des lebendigen gottes tausche bitte mein sündhaftes wankermütiges herz aus gegen dein heiligstes herz damit du in mir wohnen und der heilige geist in mir wirken kann erfülle meine bitte du gute und getreue jesus damit du bald das friedenskönig über diese weltherrschung kannst amen goldenes ave maria wie der heiligen gertrud offenbart sei gegrüßte weiße lilie der strahlenden und ewig ruhenden dreieinigkeit du leuchtende rosa himmlische anmut von welcher der könig der himmel geboren und genährt werden wollte nähre unsere seele mit göttlichen einströmungen amen das mächtigste heilungsgebet vom heiligen pater bio himmlischer vater ich danke dir dass du mich liebst ich danke dir dass du deinen sohn unseren herrn jesus christus in diese welt gesandt hast um mich zu retten und zu befreien ich vertraue auf deine kraft und gnade die mich stützt und wiederherstellt lieber vater berühre mich jetzt mit deinen heilenden händen denn ich glaube dass es dein wille ist dass es mir gut geht meinen verstand körper meine seele und meinem geist bedecke mich mit dem aller kostbaren blut deines sohnes unseres herrn jesus christus von der obersten stelle meines kopfes bis zu meinen füßen entferne alles was in mir nicht sein sollte entfurt zelle alle ungesunden und abnormalen zellen öffne verstopfte arterien oder venen und stelle beschädigte bereiche wieder her und fülle sie wieder auf entferne alle entzündungen und beseitige jede infektion durch die kraft des kostbaren blutes jesus lass das feuer deiner heilenden liebe durch meinen ganzen körper gehen um zu heilen und alle kranken bereiche zu erneuern damit mein körper so funktioniert wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren berühre auch meinen verstand meine emotionen selbst die tiefsten nischen des herzens durchtränke mein ganzes sein mit deiner gegenwart liebe freude und deinem frieden zieh mich immer näher zu dir jeden moment meines lebens vater fülle mich mit deinem heiligen geist und befähige mich deine werke zu tun damit mein leben deinem heiligen namen herrlichkeit und ehre bringt ich bitte dies im namen des herrn jesus christus amen wir bitten dich o höchstes gut die dreifältige barmherzige liebe komme alle menschen zu gut gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter dem weib und gebenedeitest die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns arme sünde überflute die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deiner liebes flamme jetzt und in der stunde unseres absterbens amen wir bitten dich o höchstes gut die dreifältige brennende liebe komme allen menschen zu gut gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den frauen und gebenedeitest die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns arme sünder überflute die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deiner liebes flamme jetzt und in der stunde unseres absterbens wir bitten dich o höchstes gut die dreifältige blutende liebe komme allen menschen zu gut gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den frauen und gebenedeitest die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns arme sünder überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deiner liebes flamme jetzt und in der stunde unseres absterbens amen ehre sei der dreifältigen liebe von nun an bis in ewigkeit amen abendgruß zum heiligsten herzen jesus den letzten gruß der abendstunde sende ich zu dir o göttlich herz in deine heilige liebes funde senke ich des tages freud und schmerz o herz der liebe dir vertraute am morgen ich des tages lasst und nicht umsonst dich auf dich baute voll huld um mich gesegnet hast o habe dank für deine güte die schützend mir zur seite stand auch diese nacht mich treu behüte durch deines heiligen engels hand o göttlich herz all meine sünden bereue ich aus lieb zu dir o lasse mich verzeihung finden schenk deine lieb aufs neue mir herz jesus innig ich empfehle auch alle meine lieben dir beschütze sie an leib und seele die gute sie erwiesen mir in deiner heiligen herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein o lasse in der letzten stunde mir eine himmelsforte sein amen gelobt sei jesus christus in ewigkeit amen maria mit dem kindelieb uns allen deinen segen gib amen